Für 243 junge Baulehrlinge ging es am 22. August zum ersten Lehrgangstag in die Bildungszentren der Handwerkskammer Koblenz in Bad Kreuznach und Koblenz. So absolvieren unter anderem Maurer, Betonbauer, Zimmerer, Straßenbauer, Fliesenplatten und Mosaikleger oder Stuckateure einen großen Teil ihrer praktischen Ausbildung bei der HWK. Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung dient der beruflichen Grundausbildung im ersten und der Fachausbildung im zweiten und dritten Lehrjahr. Trotz demografischem Wandel und weniger Schulabgänger ist die Zahl der Lehrlinge in den Bauberufen hoch und liegt auf Vorjahresniveau.